Moin Moin. Ich befinde mich hier in, ich glaube auch wieder ein bekannter Los Place, endlich genannt Kulturschmiede. Mit dabei ist wie immer Simon. Wir haben uns jetzt hier irgendwie durch den Eingang reingequetscht. Es ist, wie man hier schon wieder sieht, nichts zu holen, also alles kaputt. Die sind auch ganz schön verrammelt. Und eigentlich haben die gesagt, es gibt hier nichts zu sehen, aber es ist ja doch ein bisschen interessant, also eine alte Disco. Da war ich zwar schon drinnen, persönlich, aber also in verlassene Discos war ich schon. In Erfurt, die ist ja auch bekannt, aber das ist ja jetzt auch nicht mehr zugänglich, sondern hat jemand gekauft, wird irgendwie renoviert, dieses Gebäude. Was damit wird, weiß ich nicht. Also dieses Gitter hier ist ja auch nicht original, denke ich mal. Der Boden biegt sich. Es sind noch lauter Federn dran, sehe ich gerade. Aber ich habe auch Tauben oder sowas gehört. Oh, bei den Spiegeln sind ja bloß vier Stück kaputt. Das Schlimme ist, hier tröpfelt überall, weil zurzeit Regenwetter ist. Ich hoffe, diese Bude hier hält mich. Oh, da ist der Vogel jetzt weg. Das lässt sich auch wieder etwas schwer filmen, weil es halt so dunkel ist hier. So, jetzt geht es vielleicht besser. Oh, hier wurde auch kräftig gebrütet. Ich habe diese Treppe genommen, aber nicht die, wo du gerade stehst, dann da vorne. So, was hat er hier? Mischer und Technik. Soll ich ein bisschen was auflegen? So, jetzt mache ich hier Musik. das Ding. Ach, wir machen jetzt mal eine Fahrt hier. Hauptsache, das Ding bricht nicht ab. jetzt alle 1st, jetzttering, jetzt kommt es gleich los. Wenn nicht dann, wenn nicht dann, du spiel immer gar nichts, ey, hey. Wenn nicht dann, du spiel immer gar nichts, ey, ey. Lasst einen, lasst einen, lasst einen, like der, like der, like der, like, like, like der. und beim Lichtern und beim Lichtern gar nichts folgt mir gerne auf Instagram folgt mir gerne auf Instagram hey, folgt mir gerne auf Instagram das alle, folgt mir gerne auf Instagram ganz neu, wenn ihr auch folgt mir gerne auf Instagram und dann und dann will ich mal los geht's bis bis zum nächsten Video lasst rein lasst rein Likes Platos hier ist auch gerade irgendwas runtergeflotscht irgendwie kurz vor mir ne, das war ein bisschen zu groß für Scheiße oder ne, noch nicht ich seh nichts wenn alles reinkommt ist mir da irgendwas entgegen gekommen nicht das in Lages ne, das ist bestimmt Wasser oder so also das hier ist alles scheiße das ist hier voll das äh ich Vogelbude also also es ist eigentlich nur eine beschissene Bude ja, siehst du kackt das place ja xd lol xd lol xd roffel ja so, siehst du gefährlich ist es hier auch also ich frau mich, ob das Loch von alleine passiert ist oder ob da jemand reingetreten ist auch zu sehen ja, mit Absicht so hier kommt auch schon irgendwie alles runter oder das, was nicht runterkommen kann das bricht durch na gut ähm das Gestell unten drunter sieht ja noch gut aus ne ja hier geht's auch noch weiter okay ein weiterer Partyraum oh, man kann sich anrufen lassen und ein Telefonzell guck mal ja das hat sich schlafen gelegt das ist ja nicht normal das sind so die Scheißhäuser und irgendwie sind alle Türen so in lila gehalten ich weiß nicht, ob das normal ist ne, hier müssten auch so Aufstellwände gestanden haben ja doch hier sieht man die Pins was ich sagen das ist auch nie im Leben so ein Sandenscheißhaus irgendwie ist da was faul von dieser Tür und hier stinkt es damals nach Öl ich hab einen Ausgang gefunden hier sind ja noch hintere Räume quasi und hier geht's auch nochmal irgendwie raus oder was aber heute nicht mehr so sehen wo die anderen hin sind das geht ja noch übel weit damit hab ich jetzt nicht gerechnet das ist ja übel also von der Größe her ist das schon was anderes wieder sind das jetzt alles Floors einzeln oder das sieht ja gut aus vielleicht ist es auch so soll das ein bisschen sowas wie eine Schmiede andeuten weil hier sind nämlich so diese diese Werkzeuge ne auch hier wer soll Geselle sein wer was kann wer soll lernen sagen jeder Mann sagt die das ist ein Schatten von mir aber die haben sich ja echt Mühe gegeben die haben sich ja echt Mühe gegeben hey DJ spiel das Lied nochmal ne ich will noch nicht gehen ich will noch ein bisschen tanzen komm schon Alter es ist doch noch nicht so spät Liebe von Gestaltet obwohl das Ding hier eigentlich im Container drauf war gut also bin ich doch positiv überrascht nach der Außenansicht hat man ja gedacht hier gibt es gar nichts mehr zu sehen ja so ein paar bunte Motive dann eben das noch so was habe ich auch mal gehabt ja ja dann muss ich klettern gut ich bedanke mich für das Zusehen das war es jetzt schon mit dem Video bis zum nächsten Video vielen Damen für das kleine Geld vielen Damen wie liegt von euch mein Stahl schicke ich mir in den Arsch einen Strauß immer wird es uns geben einer der es hat braucht vielen Damen für die Blumen Bis zum nächsten Mal kein er Vielen Dank.